Ich zeige euch, wie ihr mit Procreate einen coolen Make-up-Effekt zaubern könnt. Legt euch eine neue Ebene über dem Bild an, wählt den weichen Pinsel und dann irgendeine knallige Farbe, die einen guten Kontrast zu der Hautfarbe darstellt und malt dann nach und nach mit unterschiedlichen Farben, die aber irgendwie zueinander passen, hier so diese Linien über dem Auge auf als Eyeshadow. Geht dann auf den Zauberstab, auf die gaussische Unschärfe, zieht den Stift nach rechts, um die Farbe ein bisschen zu verwischen. Dann tippt ihr auf die Ebene auf dieses N und weltet den Modus Negativ multiplizieren aus und schon habt ihr ein tolles Eyeshadow gedroppt. Abonniert meinen Kanal für mehr!